ja 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 was sehen denn da meine entzündeten augen leute ich spiele ein bisschen clash of clans hier und ich muss sagen ich sehe wirklich ich will nicht sagen ich sehe sterne aber ich sehe und ahne fürchterliches und ich habe auch ein paar fehler begangen aber gehen wir mal rein in das geschehen hier bei clash of clans und damit willkommen zu einer weiteren folge mit mir dem torsten beim gleichnamigen spiel ja was eigentlich die fehler gewesen die fehler oder den fehler habe ich aber ich habe mehrere fehler gemacht eigentlich sind es gar nicht es sind eigentlich mehr als drei fehler so wie es im sand steht sondern es sind bestimmt sieben acht neun zwölf fehler keine ahnung fehler nummer eins habe ich allerdings gestern schon begangen vorm livestream das ist mir nicht aufgefallen denn ihr habt vielleicht so ein bisschen unten im sand in der ecke gesehen da luft so ein spion ja tatsächlich sind wir während der cwl hier ausspioniert worden und ich habe selber nicht gereilt ich habe selber nicht gereilt denn es hat sich jemand von unserem gegner clan hier mit lupen rein deutsch hier vorgestellt so nach dem motto hier ich bin's christian 34 und will mal ein bisschen mit euch zocken ja wollte er gar nicht denn das einzige was er wollte er wollte uns ja ausspionieren ich weiß nicht mehr genau wer es war ob sie nummer eins war oder die nummer die nummer elf nicht sondern das war schon irgendwas was ich überhaupt nicht identifizieren konnte aber ich meine wer hier mit dem google translator reinkommt dem schaust du erstmal nicht aufs maul und ich meine er hat dann nichts weiter gesagt ja er hat dann wahrscheinlich schön alles abfotografiert hier also schön viele screenshots genommen von unserem basis damit auch ja dieser billige clan hier die druiden schön ihre sterne holen aber die hätten so ohne spionage geschafft denn 16 sind es hier 16 ich glaube es sind 16 16 rat aus zwölfer da können wir nicht so ganz gegen an wir haben fünf und also erster fehler lasse niemals jemanden während der cwl hier rein egal wie er kommt ja nett ist scheißegal zu klar zu dann passiert so ein bisschen ich also das ist ganz klar mein bock gewesen und nicht der bock des clans hier aber nächster bock folgt auf dem fuß und der nächste bock ist dass ich hier urlauber mitgenommen habe ich habe urlauber mitgenommen und habe es halt nicht gesehen oder oder ich habe nicht mehr daran gedacht ja wir können nicht oder wir sind noch weg oder wir haben schlechten empfangen oder weiß ja also auch da habe ich nicht daran gedacht dass ich hier in den vor allen dingen den ersten ck urlauber mit drin habe und ich kann hier auch das kommt noch dazu da komme ich am ende zu was ich was ich auch nicht machen kann das kommt das ist auch erschwerend also zwei fehler wir haben ein spion reingelassen zweiter fehler ich habe urlauber mitgenommen dritter fehler ist vielleicht dann dass ich meine base umgebaut habe es war gar nicht so ein fehler denn der gegnerische clan ist jetzt auch nicht so super stark das ist natürlich eine ziemlich harte rusherbande gar keine frage wir gehen wir gehen mal eben durch die zwölfer durch also gegen solche typen hier müssen wir uns jetzt wehren aber die haben die haben halt ein scheiß rathaus sie haben paar truppen aber sie haben alle so ziemlich alle elektro drachen auf drei und loons auf acht das reicht mehr brauchst du nicht da kannst du dich hier auch mit einem dreizehner könig einer 23er queen und einer und 10er worden kann sich hier durchkämpfen und machst deine sterne gegen uns zumindest und ja ich weiß nicht es ist es ist unheimlich schwer muss ich sagen der gegner reift jetzt noch an ok regenbogen man kriegt noch mal vom 17 der 17 oder 17 ist nun elfer der 17 ist nun elfer erspären kommt auch noch eine andere situation dazu habe habe ich ein bisschen verkannt und zwar ihr seht ja hier das dorf ist nicht wirklich gut und wir haben unsere nummer fünf ist glaube ich ein 11 oder ne ist auch ist glaube ich unser kleinster zwölfer unser kleinster zwölfer aber wenn wir uns den angriff mal angucken dann fällt und sofort was auf man leute ich will mich diese woche nicht aufregen wie letzte woche aber ich muss es einfach tun ich weiß auch da weiß ich mal wieder nicht warum kommen die dann mit in die klankriegsliga wenn sie doch genau wissen ich habe zwei helden im ausbau und muss sie sieben tage am stück angreifen entweder habt dann hammer ihr habt gems oder bücher dass ihr drei helden ihr habt aber nur mit einem helden hier anzugreifen um dann auch noch zu sagen oh ja die anderen beiden sind seit zwei tagen im ausbau oder seit drei super wunderbar und die laufen dann ja auch ziemlich ziemlich lange wenn ihr nicht gerade pass hast und der pass ist ganz frisch also die laufen nicht fünf tage die laufen sich sicherlich ein bisschen länger da weiß ich nicht was sie geritten hat hier und der mal wo ist sie neu im clan ich kenne ihn sogar über instagram weißt du und da ich sage ja du guckst den leuten nicht hinter den kopf und ich überprüfe jetzt auch nicht 30 basen hat jeder seine helden jedes mal vor jedem klankrieg hier hat jeder seine helden hat jeder alles am start oder baut er irgendwas aus nein das meinte auch nicht leute da müsste selber mal ein bisschen bisschen darüber nachdenken oder einfach mal den mund aufmachen das kann man ja auch machen nach dem motto hey tuto ich kann die ersten zwei cks nicht mit weil meine helden noch bauen oder die ersten vier cks weiß ich nicht für mal büro war es jetzt der letzte ck den lasse ich jetzt ganz außen er hat zwar morgen seine queen aber immer noch keine vollständige armee hier und damit wollen wir ja jetzt nicht wir wollen wir sind hier nicht bei mami oder sonst wo und machen uns hier einen spaß draus sondern wir wollen ja wenigstens ein bisschen anständig hier kämpfen bisschen anständig unsere sterne holen und nicht so lala so nach dem motto naja der toto hat mir jetzt eine chance gegeben jetzt mache ich hier meine sternchen und dann ist dann 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 ist gut egal wie viel medaille nicht auch holen oder so so läuft das ganze hier dann leider auch nicht also leute helden ihr müsst eure helden mitnehmen echt der home button greift ja an okay habe ich was live drin ist ja auch mal nicht schlecht war eigentlich ungeplant und macht der home button drei stern ich gucke mal mit was hat er angegriffen bowler hexen riesen 45 45 ist auf dem guten weg ein vernünftiger elber zu werden aber ich meine einen hält mitnehmen ist immerhin schon mal was will ich mal so sagen es kann nur noch schlimmer kommen ja also der tag konnte nur schlimmer beginnen unsere klankriegsliga fängt ultraspät an hier irgendwann mitten in der nacht geht das hier los hatte an die queen ist noch außen irgendwann hat das ganz ganz spät in der nacht angefangen und beide parteien haben dann auch er spät angegriffen also auch der russische clan hier hat dann irgendwann in dem morgen grauen denke ich mal erst angegriffen und mal gucken ob das hier vom button jetzt noch sterne werden das wird nichts mehr schade auch oh da muss ich mich eines besseren mehr lernen lassen sind doch drei sterne geworden auch nicht schlecht okay hat der home button in drei er geholt aber wir waren ja eben bei den helden stehen geblieben und es geht aber noch noch besser auch wenn man damit dann zwei sterne holt das geht gar nicht ihr seht schon unten in der leiste in der ich wollte gerade sagen in der kau leiste da könnte ich jetzt rein beißen in die leiste kein held mitzunehmen ist auch keine lösung man 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 da guckt man doch hin wenn man auf attack klickt dann sieht man doch auf der rechten seite kein bild kein kein könig der einen anhimmelt keine queen die schöne augen macht keiner helden vergessen ok komfort ach man 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 weiß denn da trainieren die leute hier auch der night clash trainiert stundenlang und schreit immer scheiße klappt nicht geht nicht so nicht und weiß der geier und dann greift er ohne helden an ja ich weiß nicht keine ahnung was 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 die leute hier geritten hat und klar ein ein stern holt sie hinten das rathaus das holt sie dir weg das das geht alles auch ohne helden und die base war so kacke weißt du das ärgert einem dann noch noch ein bisschen mehr obwohl die angriffstrategie jetzt auch ein bisschen komisch gewesen ist aber ich meine wofür brauchst du vier heiler wofür brauche jetzt vier heiler das sind eben mal vier mal was fristen heiler an truppen zwölf truppen platz 48 truppen platz für den anker dem magier hätte damit jetzt noch einen können 44 heiler auf einen magier der holt dann noch mal irgendwas aber ich glaube selbst das macht er nicht mal mehr da schenkt er sich die heile und den magier oder mal gucken aber schön der 1er adler 1er adler nur ihr seht das ist eine rascher bande hier vom vom gegner clan und aber so ist die supercell liga die supercell liga jetzt hat er nicht mehr sein magier daraus ach doch das macht er jetzt doch noch hätte ich jetzt auch gemacht vier magier gegen alle oder oder ein magier gegen alle guck mal geht ja sogar noch was und die die liga hier ist für rathaus zwölf oder für leute die nicht angreifen können oder für solche dörfer hier keine ahnung wenn das alles immer fair mit mit fairen mitteln zugehen würde dann würde solche begegnungen hier leider nicht geben aber die liga macht es einfach möglich im normalen klankrieg ist dieser klein sicherlich grütze ja denn die haben kaum siege aber sind level 13 also da hat man sich auch er zum zum level durchgestorben und die aktion mit dem mit dem dorf bespitzeln hier die war sowieso schon leben genug dass du siege ist ich konnte dann ich konnte dann hier jetzt im zweiten oder für den zweiten ck ich kann kaum leute tauschen ich musste jetzt ja jemand raustauschen malbüro geht hier natürlich nicht mehr mit nach der aktion ich meine hat vermutlich keinen helden kann da seine helden einfach weitermachen dafür muss ich hier unten jetzt noch ein neuner mit reinnehmen also unseren rascher zwölfer den darf ich nicht mitnehmen der holt kein stern das ist nun karren account und dann muss ich den fair play for ever hier einmal mitnehmen dass der jetzt angreift denn die da unten die rathaus achter und siebener die setze ich gar nicht ein also auch das lehrt mich mal wieder auch den fehler habe ich gemacht ich habe hier nicht genug leute angenommen oder aber ich hatte halt sorge dass wenn hier jemand rein kommt er dann gleich nach ein paar stunden sagt ach komm scheiße ich gehe mal wieder raus naja müssen mal gucken also gegen die truppe hier ist es wird sowieso schwer in dieser liga unten haben wir wir haben gar nicht mal so viel so viele neuner mehr mit ich meine wir haben jetzt von 27 sind vier neuner nach unten das ist nicht mehr viel und in crystal 2 habe ich eigentlich gedacht wir schaffen das also um wenigstens die liga zu halten aber ich hätte fast gesagt mit dem clan hier haben wir noch einen clan erwischt müsste ich noch mal in mein bildchen gucken der hat noch wenig rathaus zwölfer ich glaube ich glaube es wird noch schlimmer ist aber nicht so schlimm die leute sollen ihre marken holen und wenn wir dann hier letzter werden was gibt sie als letzter als letzter gibt es immerhin noch in crystal 2 209 pokis mit medaillen also bitte ist doch nicht schlecht ich meine wenn wir jetzt keinen einzigen gewinnen dann kann ich auch keine zusätzlichen marken verteilen also nur wenn man gewinnt kann man zusätzliche marken verteilen und als achter geht das nicht da gibt es keinen gewinn glaube ich oder so ziemlich nicht müsste ich selber meine tabelle nachgucken aber ich glaube irgendwie so sechster musste sein oder so und dann halt oder gewonnen angriff gewonnene cks dann noch haben damit man bonus verteilen kann also naja viele viele fehler gemacht nicht nur ich bin hier lupenrein oder fehlerfrei habt ihr gemerkt ich habe den angenommen war mein bock im live stream haben es dann gemerkt das belehrt ein wieder mal eines besseren dass man besser den den clan einfach mal zulässt bevor man in die liga startet weil ich kann jetzt nicht also ich mache das nicht jetzt alle überprüfen so wer ist denn in allen clans und dann muss sie immer gucken ist der im gegner clan ist im gegner clan ich überprüfe auch nicht meine member hier da müssen die sich selber ein bisschen mal an die eigene nase fassen wir kriegen es dann ja mit ja so nach dem motto upsie upsie ich habe nur einen helden ja ach ja die bauen ja aus ja mein gott hat oder kann ja nicht so schlimm sein ist es auch nicht es ist nur ein spiel aber trotzdem ein kleines bisschen ernst kann man ja an tag legen wir sehen uns in jedem tag in jedem fall in dieser woche noch mit reichlich clan krieg scc bl also supercell klar wohl lieber da sei darauf gespannt ich bin es in jedem fall auch es gibt ein bisschen was von deutschland es gibt ein bisschen was von spätze mit so es gibt sicherlich auch hier wieder was dazu berichten mal gucken die woche kann ich sicherlich mit ganz ganz viel video material füllen gibt ja auch noch die live streams also bis dahin euer tuto